Was passiert im Körper, wenn Du Nahrung zu Dir nimmst? Was macht die Ernährung im Körper? Diese Frage wurde mir gestellt und die könnte ich jetzt sehr lange beantworten oder ich könnte sie kürzer beantworten. Ich versuche es irgendwo relativ kurz zu fassen. Auf unserer Internetseite findest Du ja auch umfangreiche Informationen über Ernährung. wiki.yoga-vidya.de-ernährung und auch umfangreiche Artikel über Verdauung. Ernährung heißt Du nimmst Nahrungsmittel zu Dir, Du kaust sie gut und es wäre schon mal wichtig, dass Du Nahrungsmittel gut kaust. Du zerkleinerst sie im Mund, Du gibst Speicher, also Flüssigkeit dazu und auch die ersten Enzyme. Dann wird die Nahrung geschluckt, sie kommt in den Magen. Im Magen kommt dann noch Salzsäure dazu, diese tötet die Bakterien ab. Ein paar Enzyme kommen dazu, die wichtig sind für die Eiweißverdauung. Dann geht es weiter in den Zwölffingerdarm, dort werden viele Enzyme dazugegeben und in diesen Speisebrei kommen dann noch im Dünndarm weitere Enzyme. Der Speisebrei wird zersetzt und dann werden so aus Fetten Lipide und aus Eiweißen Aminosäure, aus Kohlehydrate wird Glucose und diese wird dann über die Darmwand absorbiert. Und natürlich dabei auch Vitamine, Mineralien und Spurenelemente wie auch Flüssigkeit ins Blut genommen. Von hier kommt das alles erstmal in die Leber, über das Pfortadersystem. Die Leber filtert das Ganze und wandelt etwaige Stoffe in andere um, speichert manche auf und lässt das Ganze dann weiter über den Blutkreislauf in den ganzen Körper. Gut, das ist jetzt die Ernährung, man könnte letztlich sagen die äußere Verdauung, dann gibt es noch die innere Verdauung und die innere Ernährung. Die Nährstoffe müssen dann in die Zellen und in die Organe und dort werden dann diese Stoffe den Körper bilden, die Zellen erneuern, zu den Organen werden und so weiter. Dann gibt es Abbauprodukte und diese werden dann über Leber in die Nieren oder auch direkt in den Nieren abgebaut, umgewandelt in wasserlösliche Stoffe. Das kommt dann in die Harnblase, wo dann der Urin ist und dann wird das wieder ausgeschieden. Und natürlich, das was nicht vom Darm in die Dünndarm und Dickdarm, in den Blutkreislauf gekommen ist, das wird dann hinten als Stuhl wieder ausgeschieden, als Exkremente. Das ist im Wesentlichen, was mit der Ernährung passiert. Gesunde Ernährung ermöglicht zum einen, dass der Verdauungstrakt gut funktioniert und gibt auch dem Körper die richtigen Nährstoffe in der richtigen Menge. Eine ungesunde Ernährung wird erstens dazu führen, dass der Verdauungstrakt nicht richtig funktioniert. Zweitens kommen Stoffe hinein, die zum Teil auch ins Blut kommen, die ungesund sind. Und drittens bekommt der Körper nicht ausreichend Nährstoffe. Und so ist es wichtig, sich gesund zu ernähren. Dann kann die Verdauung gut funktionieren. Du fühlst dich wohl. Die Zellen und die ganzen Organe bekommen das, was sie brauchen und werden nicht durch negative Stoffe, die sie nicht verwenden können, irgendwo gestört. Daher, iss gesund. Kaue gut. Iss nicht zu häufig. Lass zwischen zwei Mahlzeiten ein paar Stunden Zeit. Und zwischen Abendessen und erster Mahlzeit ist es auch gut, mindestens zwölf Stunden Zeit zu haben. Manche sagen sogar, es ist gut, zwischen letzter Mahlzeit und der ersten Mahlzeit bis zu 16 Stunden zu haben, sodass der Verdauungstrakt alles gut verdauen kann. Wenn du mehr wissen willst über Ernährung oder Verdauung, wie gesagt, geh auf unsere Internetseite yoga-vidya.de und dort findest du einige Artikel und weitere auch längere Videos über gesunde Ernährung und Verdauung. yoga-vidya.de